Und zwar, was wir jetzt tun werden, ist, wir werden euren aktuellen Song singen in der Version... Welcher ist das jetzt aktuell? Ich glaube, Jip Jip Hungry Eyes. Oh ja. Sabine, Sabine, würdest du uns einen großartigen Auftritt bescheren? Die Kandelien Harmonists, heute Abend im 1Live Talk featuring Toni Mono. Ich loch durch die Straßen und ich frag mich, was zu tun. Ich fühl mich seit den Tagen wie ein aufgescheuchtes Uhn. Ich leg dir bisher nur ein Ei, sonntags auch mal zwei. Veronika, wenn ich dich darf, was mit Verlassenheit vorbei. Von Kopf bis Fuß, das ist kein Witz, wie mein kleiner grüner Kaktusspitz. Ich fühl mich wie verhetzt, du dir schwar gewächst, ich komm gleich zu dir. Holla die, holla die, holla die, holla die, holla die, holla die. Von Augen reingeschrieben stand, du schaust so hungrig rein, du musst sehr hungrig sein, greif zu mein Schätzelein. Ich hab' dir deinen Appetitenfach, Liebchen schön, dass ich auf dich recht fein und lecker fang. Du schaust so hungrig rein, du musst sehr hungrig sein, greif zu mein Schätzelein. Die Candelian Harmonists. Die Candelian Harmonists featuring Tote Mudo. Ihr nächstes auch als Bonus-Track auf eurem Album.